Was ist die deutsche Ziegelindustrie? Die deutsche Ziegelindustrie legt allergrößten Wert auf einen nachhaltigen und energieeffizienten Betrieb ihrer Tongruben und ihrer Ziegelproduktionsstandorte. Wir haben in den letzten Jahren unseren Energieverbrauch erheblich gesenkt und sind im Betrieb unserer Tagebaue darauf bedacht, so schnell wie möglich mit der Renaturierung zu beginnen und nehmen dabei intensiv bewirtschaftete Flächen aus der intensiven Nutzung heraus, wandeln sie um in kleine Naturwunder und bieten rote Listearten und bedrohten Tierarten auch während unseres Abbaus schon einen neuen Lebensraum. 1. 2. 2. 3. 6. 8.